DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Das Thema heute Wohnen. Das klingt doch wesentlich, essentiell, grundsätzlich. Ist aber auch schwierig, umstritten, unscharf und regelmäßig in den Schlagzeilen. Denn Stichworte wären hier Mietendeckel oder Wohnungsnot, Flächenfraß oder Neiddebatte. Worüber wollen wir also sprechen? Mit unseren Gästen, bei denen wir heute in Köln zu Gast sein dürfen. Bei Karin Damrau und Bernd Kusserow, Damrau-Kusserow-Architekten. Mit den beiden werden wir sprechen wollen. Und Sie haben sich bereit dazu erklärt, die DBZ-Redaktion beim Thema Schärfen der Auswahl der Projekte für die Malausgabe zu unterstützen. Und eben zu diesem Gespräch hier den Wohnfaden aufzunehmen. Wir, das sind... Mariella Schlüter. Und Benedikt Kraft. Und wir sind gespannt, wohin die kurze Reise durchs weite Wohnfeld denn gehen wird. Fangen wir an. Was fällt Ihnen denn zum Stichwort Wohnen ein? Ist denn nicht schon alles gesagt oder mal ganz provokant gefragt? Brauchen wir dieses Gespräch hier eigentlich? Danke, Herr Kraft, für die spannende, gute Frage. Da frage ich mich natürlich die Relevanz dieser Frage. Wer stellt wem die Frage? Und ich gucke auf uns vier und denke, naja, wir sind... Wir haben alle vier Berufe, in denen wir auch etwas Gutes tun wollen. Und natürlich ist das Wohnen für uns relevant. Und das Gespräch ist für uns viel relevant. Aber wir sollten fairerweise sagen, dass es da draußen natürlich auch andere gibt, für die dieses Thema gar nicht so relevant ist, die andere Schwerpunkte haben. Und wenn ich an mich denke und ans Wohnen, dann... Wir wohnen hier in Köln. Und da fällt mir zum Beispiel ein, wenn ich meine Tochter zu Freunden oder zum Sport nach Widersdorf war. Widersdorf ist das wahrscheinlich dem einen oder anderen bekannt. Das ist das größte Neubaugebiet Deutschlands. Und ich muss die Kinder da hinfahren, weil eine Straßenbahn wurde vergessen in das größte Neubaugebiet Deutschlands. Die Busverbindung funktioniert nicht so besonders. Der Weg, die sechs Kilometer führen über einen schlecht belichteten Fahrradweg an einer großen Straße entlang. Also, da wurde offenbar nicht genug über das Wohnen geredet. Und sind sicherlich, ich, zu meinem Eingangssatz, das war sicherlich nicht ein Redakteur, eine Redakteurin und Architekt und Architektin, die da miteinander geredet haben, sondern das waren Player, andere Personen. Und denen waren andere Dinge wichtig. Und deswegen würde ich sagen, lassen Sie uns unbedingt über Wohnen reden. Ja, klar. Das ist auch was, was wir, glaube ich, andauernd führen, anhaltend führen müssen, dieses Gespräch. Gerade im Hinblick auf den komplexen Kontext, den wir diskutieren, der uns gerade umtreibt. Und damit verbunden die Frage, wie wollen wir leben und wie werden wir in Zukunft leben können und was können wir uns noch leisten. Und in all diese Fragen eingebettet ist ja das Wohnen. Auch im einzelnen Projekt wird das eine Auswirkung haben. Die Themen Klimakrise, Mobilitätswinde und so weiter und so weiter. Aber auch den demografischen Wandel betreffend und die Teilhabe aller in der Gesellschaft, die werden und sind ab jetzt und hätten auch schon früher irgendwie Themen sein sollen. Insofern brauchen wir zwischen allen Akteuren dieses Gespräch. Und in dieser Charta von Leipzig, die ja irgendwo diese Leitlinien der Ministerien der EU weit gesetzt haben, wo die Reise hingehen soll und mit welchen politischen Mitteln, die geht ja schon mal so in die richtige Richtung. Aber da war der Ausdruck die transformierende Kraft der Städte, der europäischen Städte. Und ich finde das eigentlich einen ganz schönen Ausdruck, weil er so positiv ist, weil er sagt, es gibt eine transformierende Kraft, die das irgendwie in die richtige Richtung bringt. Aber jetzt ist ja die Frage, wie? Wie bringen wir es denn? Wie setzen wir denn diese Kräfte frei? Und das können wir, glaube ich, tatsächlich nur im Gespräch gemeinsam erarbeiten mit den Akteuren, damit das gelingen kann. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen bei Ihnen, Herr Kossero, rausgehört, dass das Wohnen tatsächlich nicht innen beginnt, sondern schon außen. Also ich habe mir gedacht, wenn man an das Thema Wohnen denkt, dann denkt man an die vier Wände, dann eben an die Möblierung und eine gut funktionierende Heizung. Aber das scheint ja wohl nicht der Fall zu sein. Ganz im Gegenteil. Wohnen wird ja auch, zumindest jetzt hier auch in Deutschland, auch so diskutiert, dass man sagt, Wohnen sei eine Art Grundrecht. Und das muss ja wohl mehr umfassen als jetzt nur die vier Wände. Ja, da sind wir natürlich gleich bei der Stadt und bei der Stadtplanung und in Gesprächen mit Kollegen geht es so oft um die Stadt, dass es mich, der ich kein Stadtplaner bin, sondern Architekt und mich um Normen, Gesetze, Richtlinien kümmern muss, manchmal nervt, aber natürlich haben Sie vollkommen recht. Es geht am ersten Moment natürlich um größeren Maßstab, das ist richtig. Was für eine Stadt will ich, in welcher Stadt will ich leben? Ja, Stadtplanung. Und da fallen mir viele Themen ein. Zum Beispiel der Komfort. Also wie erreiche ich meine Wohnung? Wie bin ich angebunden? Wie bin ich vernetzt mit Nachbarschaft, mit anderen Vierteln, anderen Quartieren? Ich glaube, es ist ein total unterschätztes Thema, die wir ja gerade hier auch in diesem Land von 400.000 neuen Wohnungen sprechen. Man spricht nicht über den Verkehr, der dafür nötig ist und der dadurch auch erzeugt wird. Man spricht auch nicht über Ressourcen, über Energie oder verschiedene andere Dinge, sondern man spricht immer nur über die 400.000 Wohnungen, die ich mir dann so vorstelle. Das sind 400.000 Behälter, in denen man dann lebt. Und dann denkt man immer, da frage ich doch mal den Architekten, wie muss denn dieser Behälter aussehen? Aber nein, es ist nicht der Behälter, sondern der ist ja nur ein Teil vom Wohnen. Also ich will nochmal an das anknüpfen, was Sie am Anfang gesagt haben. Sie müssen Ihre Tochter irgendwo hinfahren, weil es einfach bei dem neuen Wohnviertel nicht mal eine Straßenbahn gedacht wurde. Also wenn wir von 400.000 neuen Wohnungen sprechen, müssen wir auch über vielleicht 40, 400 Kilometer neue Gleise nachdenken. Das ist jetzt die Frage. Sind ja die Architekten noch mit dabei eigentlich, die eigentlich ja nur den Behälter kreieren? Gute Frage. Ich gehe noch einen Schritt weiter und setze noch einen oben drauf. Wenn wir die Gesamtkosten von einem Gebäude anschauen, dann ist im städtischen Wohnen 30, 40, 50 Prozent der Gesamtkosten das Grundstück. Darüber wird überhaupt nicht geredet. Wir reden dauernd über Architekten, Architekturenstandards, vielleicht Vorfabrizierung, was macht die Industrie. Aber fairerweise sollte man sagen, dass viel von dem Gesamtbudget ja erstmal an Grund und Boden erworben werden muss. Und darauf haben wir, wenn man das im Gesamten sieht, ist unser Einfluss relativ gering im Gesamtbudget, fairerweise. Was die Kosten angeht. Ja. Aber was der, ja, die Frage ist ja, hört die Stadtplanung, gibt es eine klare Grenze zwischen Stadtplanung und Architektur? Und das ist ja vielleicht gerade der große Fehler, dass wir irgendwie so diese Disziplinen versuchen, so voneinander abzugrenzen und dann zu sagen, so, wir haben irgendwie einen robusten Städtebau, ja. Und dann kommt die Architektur und der Architekt macht nur das und der Stadtplaner nur das. Also wünschenswert wäre doch, dass man kann ja die Architektur auch nur denken, wenn man die Stadtplanung irgendwie versteht und umgekehrt. Also ich glaube, dass wir viel mehr miteinander sprechen müssen oder quasi gemeinsam an den Dingen arbeiten. Und natürlich fängt unser Teil des Denkens dort an. Ich meine, wir haben heute auch über Projekte gesprochen und haben irgendwie diskutiert, welche Qualitäten die haben. Und immer geht es auch gleichzeitig um die Stadt, um den Raum. Und die Architektur formt ja am Ende des Tages auch einen Teil davon aus. Es ist gar nicht auseinanderzuhalten. Das ist klasse. Mir fällt dazu jetzt gerade ein, die letzten zwei Stunden haben wir vor allem über städtische Projekte gesprochen, die in der Erdgeschosszone oft andere Nutzungen hatten als das Wohnen. Und mir fällt dann ein spannendes Gespräch mit einer befreundeten Stadtplanerin, die viele Wettbewerbe betreut und meinte, da gibt es immer diese, da gibt es den Wettbewerb, dann gibt es die Wettbewerbsgewinn, dann gibt es die Visualisierung. Und da ist dann in der Ecke das wunderbare Café reingezeichnet oder ein Supermarkt, der da leuchtet in der Abendstimmung und dann zack gebaut, ist Wohnen reingesetzt. Es sind Monostrukturen, weil die Mischnutzung aufwendig ist. Das wissen wir aus eigener Erfahrung in unseren eigenen Projekten. Und das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, das zu fragen, wie wollen wir zusammen wohnen und naja, ist das aufwendig vielleicht. Wäre aber neben all diesen, ja wir hatten es heute im Gespräch sehr häufig, bei uns scheinen sehr viele Regularien da zu sein, die in anderen Nachbarländern vielleicht nicht vorhanden sind oder anders gelöst sind. Was gehört für Sie beide zu dem Wesentlichen? Also würden Sie sich weniger Regularien wünschen? Was gehört zum Wesentlichen? Wohnen. Wir sind die ganze Zeit ja befasst mit diesen Regularien, die uns verschiedene Dinge vorgeben und eben oder und ausschließen. Also wenn wir es jetzt mal irgendwie tatsächlich an einem Bauprojekt, wenn wir es darauf beziehen und die auch Anforderungen generieren, die fast dann irgendwo sich widersprechen oder bautechnisch dann irgendwie so einen Aufwand bedeuten, dass es eben auch finanziell nicht darstellbar ist. Also es ist ja auch bekannt, dass das eigentlich sich so weit in die Höhe geschraubt hat, dass es unbedingt notwendig ist, da mal ranzugehen. Wer schraubt denn da eigentlich in die Höhe? Ja, die Industrie unter anderem, der Gesetzgeber, der aber miteinander in den einzelnen Aspekten dann irgendwo immer produziert, produziert, produziert. Das hat auch jede für sich wahrscheinlich seine Berechtigung, aber diese Gesamtschau, dieses Betrachten und der Sinnhaftigkeit in der Kombination, das passiert vielleicht zu wenig. Und wenn wir auch über die Finanzierbarkeit von Anforderungen, die das Klima oder die klimatischen Bedingungen mit sich bringen werden, wenn wir das betrachten, dann stellt sich schon die Frage, das nochmal zu überarbeiten und zu überdenken, damit eben das erstens mal finanzierbar bleibt. Und wir auch, da kannst du vielleicht auch nochmal besser was dazu ausführen, nicht in Abhängigkeit sind von diesen ganzen zugelassenen Fabrikaten, Produkten und wir irgendwo mehr eine Übersicht bekommen, auch als Architekten, welche Alternativen wir dann haben, an Produkte einzusetzen, weil das ja schon vom Markt getrieben wird, diese Anforderung. Und dann ist man da in einem Dschungel und hat dann eigentlich die Kombination, all diese Anforderungen zu erfüllen und kommt da doch durchaus an seine Grenzen. Ja, ich finde das spannend, was du sagst und wie so oft verfolge ich dann so meine eigenen Gedanken dazu. Was mir dazu einfällt, dass wir im Büro ja oft auch über die Themen, die unsere Aufgabe sind, also die Lösen von Gesetzen, Normen, Richtlinien im Rahmen des Planungsprozesses, die uns natürlich zum Teil unfassbare Aufgaben geben und die auch manchmal nervig sind. Und die Frage ist, wer setzt diese Standards und sind die Standards überdenkenswert? So habe ich Ihre Frage, Frau Schlüter, verstanden. Und ein Beispiel hier im Team, ganz aktuell die Barrierefreiheit. Ich muss kurz ausholen, die Landesbauordnung hat das schon angedeutet, die Landesbauordnung NRW, wir sind hier in NRW, dass sich Dinge verändern werden hinsichtlich der Barrierefreiheit. Es gab eine erste Änderung, es gab eine zweite Änderung. Letztes Jahr wurde die DIN zur Barrierefreiheit in einem sehr großen Maße in NRW eingeführt. Nicht vollständig, aber doch in großen Teilen. Was Planungsprozesse, in denen wir gesteckt sind, unterbrochen hat. Weil natürlich, wir sind mitten im Planungsprozess, da wird eine neue Landesbauordnung erlassen, die Anforderungen verändert. Das war total nervig. Wir mussten Arbeit, die wir gemacht haben, teilweise über Wochen, einfach in die Tonne kloppen, weil da war die neue Landesbauordnung. Mist, das gilt jetzt. Also ist natürlich erstmal, wenn man sein Zeug, das man erarbeitet hat, in die Tonne kloppen muss, ist das erstmal ärgerlich. Und dann haben wir darüber diskutiert. Und wir haben natürlich festgestellt, wir wissen, Deutschland wird älter, wir leben länger. Ältere Menschen sind nicht mehr so flexibel beweglich. Also was ist denn da draußen gebaut? Nach dem Krieg wurde viel gebaut, da sind keine Aufzüge drin. Da sind vielleicht ein paar Stufen, um in das Haus überhaupt reinzukommen. Also da draußen gibt es sehr großes Angebot, wenn man jetzt mal von Angebot redet, ein sehr großes Angebot von Gebäuden, die nicht barrierefrei sind. Was die Politik gemacht hat, ist doch, sie fordert diejenigen, die am Bauen arbeiten, dazu auf, jetzt eine größere Masse an Projekten zu realisieren, die in einem hohen Maß barrierefrei sind. Auf das einzelne Projekt betrachtet, erscheint das vielleicht überzogen oder nervig oder was weiß ich. Aber auf alle Gebäude der Bundesrepublik Deutschland gesehen, hinsichtlich Vergleichen mit dem demografischen Wandel, ist natürlich die Entscheidung genial. Weil wir können die ja nicht, alle alten Menschen wollen vielleicht selbstbestimmt alt werden. Ich denke mal, da sind wir vier alle gleich, wollen selber mit dem Aufzug noch in unsere Wohnung fahren können, wollen nicht ausziehen müssen, etc., etc. Und durch die Gesetzgebung verändert sich die Anzahl und der Prozentsatz der barrierefreien Wohnungen zu den nicht barrierefreien Wohnungen. Und wir sind am Ende zu dem Schluss gekommen, wir sehen das als großartige und richtige Herausforderung und haben das auf einmal total lustvoll erlebt, mit diesen neuen Forderungen umzugehen. Und es wird so, ich höre das öfter auch in Diskussionen, wenn man den Fernseher anschaltet, oder das eben gesagt wird, die Standards sind zu hoch. Aber ich habe jetzt gerade einen Standard beschrieben, der ist anstrengend, der kostet ein Heidengeld. Aber wir im Büro in den Diskussionen, bevor wir alles weggeschmissen und neu gemacht haben, und sind zu dem Schluss gekommen, nee, nee, Standards, neue Standards sind richtig. Per se. Also ich meine, gerade die Architektenschaft klagt ja, und ich würde auch mal sagen, mit Recht darüber, dass die Standards tatsächlich, Energiestandards beispielsweise, immer höher gezogen werden. Und man fragt sich wirklich, also die NF ist ja lange tot, also es gibt da viele Nachfolgerregelungen, sagen wir, unsere Regularien, durch die mittlerweile auch kaum noch jemand durchsteigt, die aber sozusagen einen Standard produzieren, den wir vielleicht gar nicht brauchen. Und da wäre jetzt für mich etwas, wo ich einmal nochmal in eine andere Richtung gehe, was aber auch das Thema Wohnen angeht. Ich glaube, wir sind ja alle doch bei zunehmender Wohnfläche pro Person alle sehr verwöhnt. Wir wohnen alle auf sehr viel Quadratmetern. Und wir wohnen in sehr, meist in sehr hochwertigen Wohnungen, die mit sehr viel Mühe und Aufwand gebaut wurden. Und was das kostet, ist das eine, also rein ökonomisch. Was das aber auch die Umwelt kostet und sozusagen nachfolgende Generationen an Altlasten, die dann da zurückgeblieben oder die da zurückbleiben werden, ist dann nochmal was ganz anderes. Und das wird ja in der Regel auch nie irgendwo eingepreist. Das kommt jetzt so langsam. Und da wäre für mich einfach mal die Frage, müssen Architekten nicht auch hin und jeder mal auf einen Neubau verzichten und einfach sagen, das mache ich nicht. Ich baue einfach in dem, was da ist. Ich baue nämlich im Bestand. Ich baue gar nichts mehr Neues. Karin? Ja, absolut. Also man kann das ja nicht pauschalieren. Das kommt ja auf die Fragestellung an. Und ich glaube, grundsätzlich ist natürlich unsere Aufgabe, im Bestand zu bauen. Und das, was wir haben, irgendwie sinnvoll umzustrukturieren. Also wir haben ja gerade über Wittersdorf gesprochen kurz und über diese Ein- und Zweifamilienhausgebiete, die dann irgendwie so wahnsinnig viel Fläche brauchen. Und auf der dann ja auch, weil sich die Lebensstrukturen und die Lebensbedingungen derjenigen ändern, die da mal gebaut haben, dazu, dass dann da auf einmal viele Quadratmeterflächen auf ganz wenige Personen zu rechnen sind, die dann eben nach dem Auszug der Kinder zum Beispiel noch da sind. Und dann gibt es ja auch da Überlegungen und Modelle, wie man damit umgeht. Und wir haben auch in unserem Bekannten- und Familienkreis vielleicht solche Fälle, wo dann auf einmal das Haus nur noch von einer Person bewohnt wird. Und das sind ja Potenziale, wo man sagen kann, das ist ein Umstrukturierungsprozess im besten Fall, wo man irgendwie auch gucken kann, ob nicht die bestehenden Wohnungen oder Häuser dann irgendwie von jüngeren Leuten bewohnt werden. Und die Älteren, wenn dann ein Angebot da wäre, vielleicht auch lieber in der Gemeinschaft wohnen wollen. Also die Frage ist ja, ob wir nicht unsere Ein- bis Zweifamilienhausgebiete dann irgendwo auch so umdenken können, dass sie irgendwie auch Potenzial sind. Ich glaube, das ist auch so etwas, was teilweise irgendwie vom Andreas Hofer mit angedacht ist im Rahmen dieser IBA. Diese Überlegungen stehen ja an der Umstrukturierung des, vielleicht als Architekt, das war ja die Frage Weiterdenkens. Irgendwie sind wir ja eigentlich darin geschult, entwerferisch zu denken, quasi im Prozess zu denken und da neue Wege mitzugestalten. Auch wenn das jetzt vielleicht keine Bauaufgabe ist direkt, aber ein Prozess, den wir als Architekten, glaube ich, schon im Diskurs begleiten können und wo jetzt eben zum Beispiel die Personen, die jetzt dieses Haus alleine bewohnen, aber eigentlich auch eine Sehnsucht nach Gemeinschaft haben und ich glaube, wenn in dem Kontext ein gutes Angebot da wäre, also in der Gemeinschaft angemessen und gut zu leben, nicht in dem Angebot, was vielleicht jetzt da ist oder als letzten Schritt, sondern einfach als einen guten Lebensabschnitt und dafür diese Quadratmeter hausfrei zu geben. Ich glaube, da gibt es ganz viel Potenzial, wo auch neue Bilder aufgebaut werden können, neue Perspektiven aufgebaut werden können, sodass wir mit dem Problem auch kreativ umgehen können und Lösungen finden. Ich möchte meinen Karin von gerade eben kurz erläutern, weil ich zum Bestand so meine eigene Meinung habe und die vielleicht etwas, sagen wir mal, etwas härter ist, weil ich muss ja irgendwie als Architekt von etwas leben. Also die Idee, mit dem Bestand umzugehen, so wie du es beschrieben hast, ist klasse, finde ich gut, aber was uns widerfährt als Architekten, wir sind Dienstleister, wir werden angefragt und wenn wir für den Neubau angefragt werden, dann ist der Neubau zu planen. Natürlich könnten wir versuchen, es wäre zum Beispiel die Frage hier im Raum, Mensch, da gibt es so eine Entwicklung, da ist ein Bestand drauf und wir Architekten, wir werden zu dem Wettbewerb eingeladen, das ist eine Mehrfachbeauftragung und wir machen dann einen Vorschlag, nicht die Frage, also wir fahren da hin zu dem Ort, da steht noch alles voll und wir fahren wieder nach Hause, haben zwei Monate Zeit und beantworten nicht die Frage, die uns vom potenziellen Bauherrn im Wettbewerbsverfahren gestellt wurde, sondern entwickeln den Bestand, der da ist. Und dann kriegt der Bauherr die Antworten und eins davon ist überhaupt nicht die Frage gewesen, weil die Frage war, Grundstück Leerräumen, Neubau. Das kann zum wirtschaftlichen Desaster führen, weil man als Architekt zwei, drei Monate für die Mülltonne gearbeitet hat. Und das gilt es immer gut zu überlegen, weil die, ich muss auch noch dazu sagen, dass bei, da fallen mir auch Gespräche mit solchen Akteuren ein, dass das natürlich auch auf der anderen Seite von denen, die sich über Jahre vorbereiten auf so einen Wettbewerb und gespannt auf die Ergebnisse sind, das vielleicht auch als super arrogant empfinden. Sie haben eine Frage gestellt und kriegen eine andere Antwort. Das kann auch total ätzend sein. Also deswegen, da ist auch ein gewisses Verständnis von meiner Seite aus da, hey, ich habe mir die Frage drei Jahre lang überlebt. Ich habe da auch einen anderen Architekten bezahlt, der hat Vorplanung gemacht. Jetzt habe ich den Wettbewerb ausgeschrieben und du beantwortest meine Frage nicht. Hä? Also das Thema Bestand ist, als Architekt es selber einfach als Idee zu entwickeln, würde ich sagen, schwierig. Kommt noch was dazu, Bestand hat unfassbar hohe Planungskosten für uns, weil es komplizierter ist. Also ich würde sagen, das muss gemeinsam erfolgen mit Bauherr und Architekt. Also der Bauherr muss sich natürlich das überlegen und der Architekt dann gut beantworten. Aber liegt ja damit die Initiative alleine beim Bauherrn, das würde ich jetzt mal nicht so sehen. Also müsste nicht auch die Architekten, vielleicht nicht in der konkreten Planungsanforderung, aber doch im Gespräch mit den Bauherren dann auch mal sagen, ja, es ist ganz schön neu zu planen, aber ich rechne dir das mal vor, es ist einfach günstiger, den Bestand zu bauen. Ja, ich denke, das ist ja unsere Beratungsfunktion auch, also unbedingt. Wie kommen wir sonst voran? Also ich meine, ich glaube, wir sind uns doch alle einig, dass wir nicht mehr so viel neu bauen dürfen, oder? Also dieses Stichwort von Deutschland ist gebaut, bezogen auf den Wohnungsmarkt, das kursiert ja. Und ich glaube, vielleicht sind die Verbände dann da auch, der BDA oder der BDB und wie sie alle heißen, sind da auch nicht so ökonomisch involviert, dass sie da in der Hinsicht weiter sein können, als die Kollegenschaft, die sie dann vertreten. Aber die gehen ja mit wesentlich radikaleren Äußerungen nach draußen. Ich weiß nicht, ob sie dann immer die Verbandsmitglieder jeweils auch mitnehmen. Das kann sein, dass das manchmal nicht der Fall ist, aber kann man sich so aus der Verantwortung winden, indem man, also winden ist das vielleicht auch blöd gesagt, oder rausdrehen, so nach dem Motto, ja, aber der Bauherr will es doch einfach. Wir haben ja, wir sind ja da auch, haben ja da Geschichten auch zu erzählen. Ich weiß nicht, wo es jetzt... Nein, Sie haben ja vollkommen recht. Also ich glaube, es ist in unserer Verantwortung, verantwortlich zu beraten. Und wenn die Frage gestellt wird und wir eine andere Antwort geben, dann ist das, denke ich, auch genau das, was wir leben und tun in unserem Architekturbüro und uns ist der eine oder andere Bauherr auch aufgrund dessen schon abhandengekommen. Weil das ist dann das Ende, dass wenn man nicht zusammenkommt, weil die Vorstellungen zu weit auseinander driften, dann ist das eben so. Das sehen wir schon so. Ich glaube, es ist ein wichtiger Teil unseres Tuns, dass man das vertreten kann, was man, dass wir vertreten können, was wir bauen, was wir umsetzen. Und umso mehr sich diese Situation jetzt irgendwo darstellt, wie sie es eben tut. Und so steigt ja auch die Verantwortung weiter. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die, die vielleicht auf dieser marktorientierten Seite vor allen Dingen stehen, auch zunehmend das schon einmal hinterfragen, ob der Weg, der gegangen wurde, auch der richtige ist. Also da liest man immer wieder auch Sachen in der Süddeutschen Zeitung, war so ein Investor dargestellt, der jetzt in sozialen Seniorenwohnen investiert irgendwo im Allgäu, weil sich das auch einfach rechnet. Und vielleicht ist ja irgendwie immer die Welt nicht, besteht nicht aus zwei Seiten, sondern ich glaube, aufgrund der Situation wird sich das auch im besten Fall annähern. und werden diese Positionen auch ausgetauscht und geht das auch einen guten Weg. Ich verstehe den Eindruck, den meine Sätze gemacht haben, so nach dem Motto, ja, wenn der Bauherr das nicht möchte, dann kann ich das nicht machen. Das kann ich nachvollziehen. Und dann habe ich mich wohl möglicherweise auch ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Ich versuche es nochmal ein bisschen anders. Unsere Gesellschaft entwickelt sich weiter und die Stadtgesellschaft, wir reden jetzt über das Wohnen im städtischen Kontext, stellt Anforderungen, zum Beispiel an die Klimagerechtigkeit. Und die Anforderungen sind berechtigt. Ich habe vorhin gesagt, an dem Beispiel Barrierefreiheit, dass wir im Büro zu dem Schluss gekommen sind, die Anforderungen sind gerechtfertigt. Also gehen wir damit um. Und bestimmte Dinge gehen, da muss man das Haushalt abreißen. Es geht nicht. Ich kriege den Aufzug da nicht rein. Ich bleibe jetzt bei meinem vorigen Beispiel. Ich kriege den Aufzug nicht rein. Ich kriege die Treppe nicht breiter. Ich kriege in der Wohnung keinen Rollstuhl gedreht. Ich kriege es nicht hin. Ich kriege es nicht hin. Also muss ich es abreißen. Ich fange an. Ich mache weiter. Klimawandel. Ich habe KfW, KfW hoffe ich, Krediten statt für Wiederaufbau. Die setzen die Standards in Deutschland. Derzeit liest man KfW 40, KfW 55 konnte man vor zwei Wochen lesen, wurde abgeschaltet. Dann ging es wieder weiter, Gott sei Dank. Projekte von uns waren da auch mit in der Pipeline. jetzt versuchen, wir könnten mal zusammen zu viert versuchen, ein KfW 40, so ein Bestand mit zwei Dingen, nur zwei Dinge. Den KfW Stand 40 plus weil wir plus die Barrierefreiheit, weil wir nämlich an dem Bestand ein bisschen rumdoktern und weil werden wir als Architekten an einem Bestand über ein bestimmtes Maß arbeiten, zieht plötzlich die Landesbauordnung. Weil die Stadt sagt, die genehmigende, zu genehmigende Baubehörde guckt sich da an und sagt, ihr habt ja da viel verändert, also wird es geprüft. Mit diesen zwei Vorgaben irgendeinen halblebigen Altbau zu bearbeiten, da kommt man dann oft zu dem Punkt, lass uns das Zeug abreißen und neu bauen. Genau, das ist ja nur die Frage der Standards, über die wir am Anfang gesprochen haben. Also wenn wir die Standards weiter runterschrauben würden und wir würden sagen, okay, lieber Mieter, du lebst jetzt in einem Gebäude wo du meinen dicken Pullover tragen musst und wo vielleicht die Wände nicht ganz so gerade sind oder wo verschiedene andere Dinge den Wohnkomfort heutiger Standards weit unterschreiten, dann kannst du da gerne wohnen für günstig. Willst du mehr, dann musst du halt mehr zahlen. Dann ziehst du in ein anderes Gebäude. Nur da denke ich jetzt, wir machen einen Podcast, der wird öffentlich sein und sage ich jetzt dazu Dinge, wo ich jemand ausschließe. Ich schließe jemand aus, ich schließe, wir haben zwei Beispiele, Sie nehmen den Pullover, ich nehme noch den Rollstuhl dazu, weil das ist, ich nehme das dauernd, weil das das gerade die letzten zwei Monate massiv beschäftigt hat, beide Themen, der Pullover und der Rollstuhl. wir schließen damit aus. Wir müssen hier im Podcast ausschließen und das ich kann, wir haben hier diskutiert und wir kommen zu dem Punkt, lass es uns nicht zähneknirschend, sondern lass es uns lustvoll inkludierend machen und dann führt es einfach dazu, dass man den Mist abreißen muss und neu bauen. Diese Standards hier im Podcast zu diskutieren und damit auszuschließen, jemand Leute ausschließen würde ich, Sie haben natürlich vollkommen recht, aber da wird es echt haarig, da wird es ja politisch. Aber wohnen ist politisch. Das zeigt aber doch das Dilemma auf, oder? Das zeigt doch das Dilemma zwischen dem auf, dass wir uns eigentlich gar nicht, wir sollten uns nicht mehr leisten, Bestand abzureißen. Dann fragt man sich natürlich auch manchmal, da sollen Sachen abgerissen werden, jetzt gerade ganz aktuell in Köln, die aber eigentlich noch tiptop sind, also vielleicht aus gestalterischen Gründen. Also wir können uns das nicht mehr leisten. Aber wenn wir die ganzen Anforderungen so hoch haben, die Standards, dann ist es manchmal gar nicht auszuschließen und nicht genau an dem Punkt sollten wir, müssen wir ja irgendwie arbeiten. Und da können wir natürlich unsere Erfahrungen oder die auch, die alle Architekten machen, mit einbringen in die Diskussion und einen guten Weg suchen. Letzte Frage? Dann würde ich nämlich nochmal auf die letzte Frage nochmal oder euch beiden, ihnen beiden nochmal stellen. Und zwar, wir hatten bei einem unserer ersten Projekte heute Morgen, hatten wir zwei Projekte nebeneinander liegen, die beide recht ähnlich waren und trotzdem waren wir uns alle ziemlich einig, wenn wir jetzt die Frage gestellt bekommen, in welchem Haus möchte ich leben, wussten wir sofort, welches wir nehmen. Die Frage, das eigene Wohnen, wo wir selber wohnen, ist das immer unabhängig von dem, wie wir es dann planen, für alle, alle anderen? Ja, gute Frage. Da geht es ja um so Traumwohnen oder nimmt man sich zurück? Oder was sind denn die Träume? Ich meine, wir können das jetzt auf uns beziehen oder wir können das auf das beziehen, was Fakt ist irgendwie, nämlich, dass wahnsinnig viele Häuser in Deutschland eben aufgrund dieses Einfamilienhaus oder Zweifamilienhaustraums gebaut werden. Und da kann ich vielleicht nochmal anknüpfen an die Punkte, die wir vorher schon besprochen haben, nämlich, dass eben das Schöne wäre, das zusammenzubringen, diese Anforderungen, oder quasi das, was wir uns noch leisten können, was wir uns als Gesellschaft vorstellen können und was wir uns, ja, was in die Zukunft weist und dem, dass der eigene Wohntraum unserer, eurer, der allgemeine, vielleicht, ja, dieses im Grünen wohnen oder beziehungsweise den Garten haben, die Kinder sicher haben, den Hund laufen lassen, rumwerkeln oder, ja, oder jetzt, was wir heute Morgen angeschaut haben, den Ausblick haben, ja, aber die große Herausforderung ist ja, dass wir sind, glaube ich, gezwungen dazu, das zusammenzubringen irgendwo, weil niemand wird, wir können nicht einer ganzen Gesellschaft die verpflichten, irgendwo zu wohnen, wo sie gar nicht wohnen wollen, sondern das geht ja darum, das private kleine Glück einzubringen in diese Möglichkeit, dass uns das Wohnen für die Gesellschaft irgendwie auch eine Zukunft ermöglicht und ich denke, da sind wir auch gefragt als Architekten, da ein paar Konzepte und anders zu denken, Dinge umzudrehen, das kleine Glück vielleicht auch eben mit diesem gesellschaftlichen, Möglichen zusammenzubringen. Stichwort, wie kann man denn dieses, ja, diese Qualitäten irgendwo verdichten, zusammendenken im städtischen Kontext, sodass wir weder jetzt irgendwie alle quasi einen Turm in der Landschaft brauchen mit 360 Grad Blick noch wahnsinnig viel Fläche und trotzdem diese Qualitäten haben und ich meine schon, dass das zusammenpassen kann und dass wir auch einen Teil dieser neuen Erzählungen produzieren können, durch Projekte, durch Projekte, Gedanken. Ich finde die Frage super, weil Sie, Frau Schlüter, Sie haben mich ertappt, weil Karin und ich wohnen in einem Altbau mit schlechter Substanz. Also, ich rede, Sie brechen die Frage runter auf das Persönliche. So habe ich Sie verstanden, richtig? Ja, zum Schluss noch einmal persönlich. Jetzt werden wir mal persönlich. Und ich rede den ganzen Podcast natürlich als Architekt, der seinen Beruf ausübt und was er, mit was er konfrontiert ist. Und ich habe auch schon, ich verstehe natürlich unsere Bauherren und teile diese Haltung auch. Ich lebe ja auch davon. Aber wir wohnen in so einem, so einer super schlechten, Altbausubstanz, die ist in den 1956 hochgezogen worden für die belgischen Streitkräfte, weil die auf die Deutschen damals aufgepasst haben hier in Köln. Und da sind acht Reihenhäuser nebeneinander gestellt und die Decken sind durchbetoniert. Und wir hören, und die Wände sind dünne Bimssteinchen. Also, wir könnten jetzt nach Hause gehen zu uns zu viert und wir könnten mit unseren Nachbarn reden. Wir müssen ein bisschen lauter reden, aber wir verstehen voneinander jedes Wort. Wenn es mal lauter zugeht, wird es auch lauter. Man reißt sich dann auch mal schon zusammen. Es ist der Hammer, wenn und diese Substanz, in der wohnen wir. Nur das jetzt, und das ist ja Ihre Frage die ganze Zeit gewesen. Also, ich privat nehme wahnsinnige Dinge in Kauf, die da draußen, wo mich jeder, ich sage es einfach, mich wird jeder verklagen. Wenn ich so bauen würde, also Neubau, da gibt Neubau sowieso, da redet man gar nicht drüber im Altbau. Jemand hat was erworben für teuer Geld, gibt uns das als Architekturbüro und wir setzen das so um, so wie wir privat wohnen in diesem durchbetonierten Ding. Da würden wir aber auch im Bestand ein machen. Aber das ist auch ein schönes Beispiel, dass man, und das ist vielleicht das, was damit einhergeht, mit der Altbausubstanz, dass die Standards vielleicht auch ein bisschen überdenkenswert sind. Wo wollen wir hin? Man kann in der Gemeinschaft schon so leben, dass man sich hören kann und dieses immer noch oben schrauben ist, glaube ich, auch nicht zukunftsfähig. Absolut nicht und da würde mich natürlich, aber vielleicht geht es uns auch nichts an, interessieren, warum wohnen Sie denn in so einem beschissenen Altbau? Ich bin dafür, zwei Standards zu machen. Ich bin, ich sage, wir, wenn wir vier jetzt heute die Politik beeinflussen könnten, bin ich dafür, wir, also wir würden jetzt diskutieren und würden heute Abend ein neues Gesetz schreiben, würde ich zwei Landesbeordnungen schreiben. Eine? Eine für den Neubau, die hat all das, ich bin ja Fan davon, ich stehe da auch dazu, was ich die letzte halbe Stunde, das ist, der Gedanke ist mir gerade eben gekommen und wir schreiben, wir vier schreiben eine zweite zusammen für den Bestand und der Bestand hat einfach all das, was ich gesagt habe, nicht, weil der arme Bestand, der hat das nicht verdient, was da draußen abgeht, der muss abgespeckt werden, da wird halt weniger gemacht, da wird mit dem wenigen, was gemacht wird, kann ich aber unfassbar viel erreichen. Ich mache den ein bisschen besser, stecke da ein bisschen Geld rein, verdoppel aber die Verbesserung, einfach weil das ja so schlecht ist und dann höre ich halt alles, aber dafür habe ich zum Beispiel ein bisschen gedämmt, aber habe auch nicht wahnsinnig gedämmt, weil wenn ich zu viel, dann muss ich es abreißen und so weiter. Ich würde zwei Landesbeordnungen machen, das ist meine Antwort. Jetzt haben Sie aber immer noch nicht darauf geantwortet, warum Sie in diesem Gebäude waren. Das war meine Frau, Ma. Sie müssen es nicht sagen, aber es würde mich jetzt schon interessieren. Was reizt es denn dann? Ist das der Garten? Ist es die tolle Umgebung? Oder war es ein Zufall? Und Sie haben sich geeint? Es war tatsächlich eigentlich ein Zufall. Die Bundesrepublik hat ja den Bestand an Familien verkauft. Es war ein Bieterverfahren und zu Preisen damals, da haben wir einfach mal mitgeboten. Das war unser erstes Gebot und wir haben einen Zuschlag bekommen und zu Preisen, da bekommen Sie heute in Köln nicht mal mehr eine Einzimmerwohnung dafür. Und das Ganze war natürlich auch so ein bisschen runtergerockt. Ein bisschen ist gut. Man brauchte Fantasie. Aber das wäre doch genau der Punkt. Zweite Landesbauordnung, wie auch immer. Das kann man auch in eine reinpacken. Das ist ein Unterkapitel. Aber damit würde man ja auch wieder Wohnungsbau erschwinglich machen. Oh, ich hätte total Lust drauf. Wenn man dann sagt, wir machen den Bestand so, dass man wieder drin wohnen kann. Mehr nicht. Ja. Und damit wäre wahrscheinlich das eine oder andere gelöst. Und ich meine, Sie machen sich doch Gedanken darüber, wie Sie Ihren Altbau auch ertüchtigen, weil Sie dann doch irgendwann mal keine Lust mehr haben, nicht die Nachbarn zu hören. Das hätte mal die Decke durch. Das hätte mal gesägt oder noch eine Wand davor geklebt. Das ist eigentlich ein Mehrfamilienhaus, aber quasi um 90 Grad gedreht. Das haben Altbauten so an sich. Und es hat natürlich, man muss, ich möchte schon auch noch anfügen, Karin, dass das natürlich in einer, das stand, in der, das steht in der Stadt, in einer gewachsenen Struktur, da ist eine Straßenbahn davor, da ist, direkt vor der Haustür ist die Straßenbahn, da sind große alte Pappeln, die da rumstehen, es ist eine gewachsene Struktur, in der diese alte Hütte stand. Und das ist natürlich für, da wollte auch niemand, das Schöne ist, da wollte keiner hin, das wollte niemand haben. Nur die Architekten wieder. Da ist eine Architektendichte, ich kann es jetzt mal durchzählen, wenn ich jetzt, ich rufe, ich rufe jetzt, also wirklich in Rufweite, kann ich rufen eins, zwei, drei, es ist ja ein kleines Viertel, das sind ein paar Häusle, aber da kann ich bestimmt vier, fünf Architekten in Rufweite erreichen, da sind Architekten hingezogen. Tja, die halten es aus, die wissen es zu schätzen. Ja. Ja, vielen Dank, danke auch für den sehr privaten Einblick, der macht immer noch am meisten Spaß. Vielen Dank auch für den, ja genau, für den ganzen Vormittag auch, das waren wirklich auch tolle Gespräche, manchmal würde man gerne die ganzen Stunden aufnehmen, weil wirklich, wirklich, also tolle Themen auch mit dabei waren und ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank auch unsererseits, hat Spaß gemacht. Danke, Frau Schüter, danke, Herr Kraft, war ein toller Tag mit Ihnen. Sehr gerne. Das war der DBZ-Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unserem Podcast fünf Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen und alle Podcasts gibt es auf dbz.de und alle Podcasts